Und weiter geht's, hallo, wir sind wieder da. Zu einer neuen Faust-Folge. Hier liegt Fleisch. Warum liegt hier Fleisch? Ich hab ein bisschen Angst, dass das echtes Menschenfleisch ist manchmal. Warum hast du eine Moske auf? Was? Ja, das ist noch das Fleisch vom Reh, was du gekillt hast. Ach so. Du konntest nicht mehr aufnehmen. Ach so, okay. Ja, dann brate ich da schnell was. Reh? Das ist Hase. Das ist... Du fühl mich an was rein. Ja, es ist schon fast in der Nacht. Der Hammer, der nervt mich. Welcher Hammer? Ja. Ich hab mal... Ach so. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, das war ein Fail von mir, weil ich... You know what I mean. Ja. Ja, gut, gut. Los geht's, ne? Haben wir nicht was geplant? Grad? Dort? Ja, vielleicht noch die Wände oben hochziehen? Ja, schon, ne? Aber ich mein... Geplant... Ah, Gott, zack. Wir sprechen immer. Was ist denn da? So ein scheiß Schilf, oder was ist das? Ne, Schilf. Korallen... Ich dachte, da ist ne Milf. Ich hab mir gar nichts warten. Du musst erstmal ne Wand hier bauen. Ach hier, den wollten wir ja den Balkon eventuell machen, ne? Balkon, ja. Jetzt pass auf, zuerst... Ich trage zuerst sich die Wand. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das erstmal so. Jetzt... Aber speichern, speichern. Bitte mal. Ja, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Und jetzt haben wir grad so schön viele Loks geholt, sind hier mit einer Fuhrer, dann können wir mal gleich mal speichern. Hast du? Ja, gute Idee. Hast du? Jo, ich hab's. So, dann mach ich auch noch mal. So. Hast du eigentlich auf die Uhr geguckt? Mal kurz... Ja, wir haben grad angefangen. Ja, klar. Weil, dass wir uns das gleich merken. Hey, warum nehme ich die mit hoch? Ich mach jetzt mal planen. Nein, bleib da! Lock, bleib da! Nein! Du hast... Oh, der war knapp. Huh! Huh! Alles gut. Nichts ist passiert. So. Jetzt mach mal das da. So. Sehr schön. Na? Sehr schön. Dann machen wir... Ba-la. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da hast du da weg. Na? Ähm, jaaa. Und Max, wolltest du das da wegmachen? machst du da weg wenn man also die treppe hochkommt dass man das links geht und das okay dann machen wir das noch mal hin genau so ist gut aber so machen wir doch die tür machen sollen aus dem tür ging doch gar nicht oder oder doch 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 der macht ja würde ich auch sagen jetzt pass auf ob sie dann gleich die tür hier zu machen dass man so das durchgeht oder ist er genau machen so machen wir so eine tür genau und dann will ich aber noch gucken jetzt passt auf bevor wir das da bauen das kann man dann nicht mehr ansetzen das ist nicht so gut oder kann man das ansetzen schade eigentlich das ist ein bisschen blöd ich kann das nicht mehr nicht ansetzen da müssten wir wieder das wird aber wieder mega holz kosten oder wie ich mich jetzt das war doch die normale kasten flors foundation oder kasten von der schnell kasten ist der plattform die kann ich aber irgendwie nicht bauen das war ganz normal kasten los ne haha das war ein kasten flors doch nicht kasten von der schon ja weil ich finde ich irgendwie nur so ich bin gerade zu blöd dafür kasten wollen wie oft hast du sie schon gebaut ach ja alles gut alles gut ach die war wieder so kompliziert shit oh oh die geht gar nicht höher nein ja wir haben die treppe hier gar nicht gebaut welche treppe ja wenn man zu wasser fallen ja dann nimm doch paar loks und tut er gleich ja shit ich probiere es jetzt einfach mal und guck ob das was wird mei im glück hast du das jetzt nicht gesehen gesehen nö ich hab nicht gesehen oh gott da ist es so dann gehen wir schon da hin und dann mach es schön boah das hast du schön gemacht ich bin mir gerade nicht sicher ob das gerade ist dort da geht es hin doch das hast du doch eigentlich ganz schön gemacht ne sieht eigentlich ganz gut aus heute wenn ich nicht ganz irre wie viel loks oh gott 121 ja weil ich da nicht direkt einfach flors machen konnte das war ein bisschen scheiße ach so war ja gut ja wirst ich habe gehofft dass man einfach flors machen kann hast du um die treppe fertig gemacht ja lassen wir das erstmal so oder so ist das ganz gut aus ja jetzt haben wir wieder ein bauprojekt aber bevor du bevor du das äh bald den balkon machst ne ähm will ich nochmal abspeichern jo ja den balkon machen wir ganz zum schluss ja ja da hätten wir ein das kann man noch jawoll das macht dann fenster rein okay am balkon hey ich habe zugesperrt cool da kann man jemand aussperren zum ja auch ein paar fenster machen ja oder ja wir lassen mal eine wand für 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 ding für regale hier oben stimmt ja genau hier lassen wir was was hier könnte man vielleicht noch hier habe ich ein fenster hier habe ich ein fenster zum balkon das ist ganz schick glaube ich ja und dann äh hier könnte man ein regal hin pflanzen da könnte man ein regal hin pflanzen also diese wand überregale hin so und dann könnte man hier hinten vielleicht noch ein fenster machen hier dass wir auf unser ding gucken können so wir auf unser schönen ding gucken können so oder sieht doch ganz schick aus ja äh ist das hier ne tür was du viel gebaut hast ne du hast nochmal er gedrückt kann das sein hm es ist ein what jetzt ist ein fenster gut ja speichern wir lieber nochmal jetzt schnell ja hier ganz kurz aufwärmen hier wo schon was trinken jetzt läuft es wieder ne wie schön es ist mit vorrat ja endlich ich ich höre noch weiter rein und freund du hast du unsere schöne treppe hier gemacht geht dir gut ja man muss trotzdem springen ja aber das kann man kann einfach schön springen und dann gehts easy eigentlich ach das wird doch richtig schön unser teil da ja da hätte ich nicht gedacht langsam langsam ins gestalt dann ja gut arbeiten wir einfach die nacht durch würde ich sagen ja ja dann wird es wahrscheinlich jeder tag sein da ist es auch gerade so hell an der wiese ja das ist der mond krass muss nur eigentlich der ist richtig hell die wiese ja reflektiert grad bisschen extrem stecken und dabei sehe ich den mond gar nicht was wir freuen und wer ok und so aber steckt hier noch so ohpala oh Gott hm ich frag mich ja wie lange man frieren kann ja das ist eine gute Frage ob dann der Bildschirm komplett einfriert warte ich glaub ich riskier's jetzt mal nee ich glaub der Bildschirm friert er nicht komplett ein ich glaub das ist nur das maximale so ein Rand aber dann irgendwann verlierst du leben glaube ich ja Leben verlieren ja das ist so jetzt hinten wahrscheinlich ja warte ich tu die Doxa einfach hier reinwerfen und du holst sie schon wunderschön ja genau sehr schön so hab ich dir das vorgestellt wärt man sich innerhalb vom Haus eigentlich auch auf? wahrscheinlich nicht ne glaub ich nicht da brauchst du ja schon ein Feuer wir können es uns ja da drin dann auch nochmal richtig schön gemütlich machen da können wir ja zu richtig schon mit Beleuchtung und Deckenbeleuchtung und aah das wird so schön das wird so richtig schon helle sonne ich habe gerade einen fehler entdeckt glaube ich ich auch weiß das ist ein bisschen kacke aber hier unsere hier ein fenster von uns wissen und zieht man halt richtig schon in das foundation raus aber ich glaube das ist jetzt egal oder das gefällt mir schon richtig wieder aus das ding und es ist nicht so schlimm hier kommt man gut mit ohne ohne spring hoch finde ich es nimmt gestalt an unser haus wir könnten schlafen schnell ja gut kommen wir auch schlafen hier kommt schlafen am tag lässt sich einfach aber ja wie es ist auch schöner auch ich glaube vielleicht ist heller für youtube und so ist glaube ich anwählnehmer ja dann warte ich erst schnell was ich habe mir gerade was reingetan was trinken ist so richtig durchstücken ja fertig also ich schwere bereits ja ich noch nicht mein essen ist noch nicht durch die fische brauchen ein bisschen und fisch fällen jetzt kann ich da aber bestimmt gut dafür schon ja also langsam das richtige stall dann hier richtig ich finde es sind unser hausbottes mich wird es wirklich interessieren jetzt vielleicht steht schon new york hafen wahrscheinlich diesmal was richtig gut wir müssen nicht vom floß runter so so sehe ich das gern sehr schön gemacht wenn es noch schön gerade fahren würde das fluss wäre es perfekt nicht mehr so rum stottert was kann ich denn einfach hoch springen ist fertig schon kunst ne wieder baut schon kunst ne wieder baut das sieht so richtig geil aus das ist schon arbeit ne aber schon aber irgendwie ist das befriedigend das zu bauen weil das ist ja richtig in sicherheit das ist so richtig richtig also da kommt ja kein menschen also wir danke ich freue mich wenn das haus fertig ist bin ich mal gespannt was das dach wird weil das wird wahrscheinlich auch so ein kunst dann ach man kann es von unten bauen muss gar nicht hochlaufen echt ein n n n n n n n ich guck mal wo wir noch bauen müssen und die wand ist fertig so viel ist es gar nicht mehr für die wand zumindest die foundation die braucht es ist immer extrem viel aber die halt bis zum meeresgrund geht laufen sie wiederum und lasse rumlaufen so sie haben schon die letzte fuhre obwohl jeder hin zu kommen schon mal eine fuhre hätten ja aber mein kettner die kraft in platz ist wirklich die kraft und platz doch gar nichts gemacht. Ja, du blutest irgendwo und deswegen... Hm. Schlechtes Weg am Essen. Was liegt hier eigentlich? Verbrannte Kohle. Das ist ja mal cool. Hier. Na, okay. Drei Baumstimme noch. Da ist die Wand völlig... Sehr schön. Noch ein. Wieso, ne? Ist doch fertig, jo. Richtig nice. Richtig nice. Komm auf. Ähm. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Das ist auch nur so eine VIP-Tür und die kann man aber auf- und zusperren. Das ist geil. Jetzt wäre es halt interessant. Da gibt es eine, die man auf- und zusperren kann, ne? Das ist, die können dann doch durch diese Tür gehen. Ich glaube, es ist eher für andere Spieler gedacht haben. Das kann sein, ja. Hallo, ich kann das da nicht hinbauen. Wenn man schon schafft es. Eigentlich haben wir mit dem Floß dann immer außen rum fahren, schnell, ne? Ja. Ja. Wann kann man das wenigstens hoch tragen? Vielleicht kann man das immer von hier außen machen. So. Ah, von hier geht's auch. So, schnell wieder sauber gemacht. Cool oder mit der Treppe war ein guter Einfall von mir. Jo. So, so ein kleiner Steg nach oben. Der Erleichterung hochzukommen. Wollen wir draußen, wenn wir drinnen ein Bett gebaut haben, wollen wir das draußen wieder abreißen oder? könnte man theoretisch machen ja ist zwar schade und wir brauchen aber wenn wir dann drin drin bett haben dann erst nicht das bett er da draußen nicht noch ein baum schon da ja alter perfekt perfekt geht sich das aus ich hoffe dass man da vielleicht an so einem knochenzaun oder so drum bauen könnte so als geländer das wäre nice das wäre so ein richtig hammer das wäre richtig nice ja das wäre so richtig hammer kannst du hin bauen ja so geht es oh scheiße jetzt muss man ja wieder holen ja gut ja dann ist eh eigentlich können wir die folge direkt beenden und nächste folge wieder paar bäume fällen ja ich würde die nächsten nächste folge noch eine folge drauf vielleicht noch mal richtig schön bauen vielleicht gucken dass die foundation auf alle fälle fertig auf alle fälle die foundation fertig kriegen ja dann können vielleicht mal dann vielleicht mal gucken ob man den zaun dort aufstehen kann also so ein knochengeländer sage ich mal und dann könnte man vielleicht sich überlegen noch mal in der höhle zu gehen noch mal in den sinkhole ich speichere mal ganz kurz ja dann könnte man vielleicht in der höhle in der nähe noch mal gehen oder einfach nicht in keine höhle sondern in die schneewelt ich will in die schneewelt schneewelt ja aber oben bleiben doch glaube ich wir müssen dann glaube ich doch ja gehen weil wir sollten uns vielleicht komplett mit rehfell ausstaffieren und jetzt mit boots also mit schneewelt machen wir jetzt die nächste folge noch mal richtig bäume holen die folge drauf das gerüst fertig machen also die dieses foundation fertig machen mit gerüst und in der dritten folge dann gehen wir dann jagen und holen uns beiden noch mal richtig schön fälle und was weiß ich wie viel re haben wir denn draußen ich habe hier wohl die letzten fünf stück oder finden insgesamt fünf und ein jahr ich habe noch welches ich habe noch eins gehabt das wäre mit sechs ja stimmt ich habe auch noch zwei kannst du direkt hinlegen dass die schöne auswendig dann hast du immer platz weißt du da passt sich mir ja 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 so in so eine richtung von dingen ja genau perfekt genau das ist so machen wir das ja gut super du bauten sie tun zu planen für die nächsten folgen versprechen also sprechen weiter und sprechen gut dann mal so etwas war ich bin ich bin jetzt auch erledigt